Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Für wen hältst du dich? Wenn du Arbeit suchst, dann kann ich dir vielleicht was besorgen. Der Job hat mit Reisen zu tun. Mit Reisen? Du kannst als Kurier arbeiten. Wie viel Transporter hast du schon gemacht? Zwei. Und wie ist es gelaufen? Ich bin hier. Sollte von dem, was du transportierst, unterwegs etwas verloren gehen, gehen wir zu dir nach Hause und sprechen mit deiner Großmutter, deiner Mama, deiner Schwester. Verstanden? Excuse me, can I see your passport, declaration card and ticket, please? Verste touchieren? Verste touchieren Yahweh. Arrived. Untertitelung des ZDF, 2020